Die Polizei schien geschmiert aus, die haben gerade einfach mal die Taltwaffe mitgenommen und die Fingerabdrücke weggemacht. Fünf Jahre später. Jetzt geht es anscheinend richtig los. Ich hoffe es bleibt auch noch genug Zeit in den 20% die wir gedownloadet haben. Wir, ich gedownloadet. Es ist immer so ein Let's Player Symptom. Man sagt immer wir. Wir sind ja auch eine starke Community. Hi Zoe.